Endlich wieder, Formulistudent, mit diesen freudigen Worten darf ich euch heute Abend zum diesjährigen virtuellen Rollout von Highspeed Car zu begrüßen. Nachdem die Saison 2020 gezwungenermaßen ein abruptes Ende fand und unser F114 niemals das Licht der Welt erblicken durfte, freue ich mich heute Abend darauf, gemeinsam mit euch die Vorstellung unseres neuen F115 zu feiern. Doch dies ist kein gewöhnlicher Rollout. Nicht, dass ein Rollout irgendetwas Alltägliches wäre, doch dieser ist etwas ganz besonderes. Denn wie der Name F115 vielleicht bereits vermuten lässt, feiert Highspeed Car zu dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Bereits 2006 kamen drei Fahrzeugtechnikstudenten der Hochschule darauf, gemeinsam einen Rennwagen zu planen, diesen zu bauen und damit bei der Formula Student teilzunehmen. Doch wir sind nicht die einzigen, die dieses Jahr feiern dürfen. Auch unsere Freunde des KIT von Car Racing feiern dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum. An dieser Stelle gehen natürlich herzliche Grüße und auch Glückwünsche an euch. Ich kann an dieser Stelle auch bereits verraten, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir von Car Racing hören. Doch zuerst haben wir, um den Meilenstand von 15 Jahren Highspeed zu feiern und um uns an die Saison 2019 zu erinnern, ein kleines Video für euch vorbereitet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 begleiten. Ich wünsche Highspeed alles Gute, viel Erfolg und freue mich sehr und werde, wann immer es möglich ist, die Events verfolgen, vielleicht sogar in Präsenz. Alles Gute. Auch hier vielen Dank, Herr Artinger. Wir hoffen, dass wir Sie nächstes Jahr wieder persönlich in der Aula der Hochschule begrüßen dürfen. Nun möchte ich auf jemanden eingehen, der heute Abend noch etwas zu kurz kam, nämlich dem Team von Highspeed Karlsruhe. Diejenigen, die diesen Tag überhaupt erst möglich machen. Diejenigen, die jetzt normalerweise völlig übermüdet vor mir sitzen würden, da sie die letzten Tage damit verbracht haben, das Auto fertigzustellen. Dieses Jahr erleben sie den Rollout ganz gemütlich von zu Hause aus. Die Saison 2021 hat somit auch ihre Vorteile. Um ihre Leistung dennoch anzuerkennen und um euch die Gesichter hinter dem F1-115 zu zeigen, stellt sich das Team von Highspeed Karlsruhe jetzt vor. und die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hoffen, wir hoffen, wir können mit unserem F115 an die guten Ergebnisse aus der Saison 2019 anknüpfen. Und das bringt uns jetzt zum Highlight des heutigen Abends. Die Enthüllung des neuesten Rennwagens von Highspeed Carlsbad. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da ist er also, unser neuer F115. Wir hoffen, er gefällt euch genauso gut wie uns. Doch was hat sich getan im Vergleich zu den älteren Autos? Um diese Frage zu klären, haben wir unseren Teamleiter, Yasin Neuschler, zu einem Interview eingeladen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ein herzliches Willkommen auch an dich, lieber Yasin. Schön, dass du es einrichten konntest. Sehr gerne. Und auch von mir herzlich willkommen. Die erste Frage bezieht sich nicht direkt aufs Auto, ist situationsbedingt aber durchaus wichtig. Zu Zeiten von Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen. Was wären denn da die größten Herausforderungen? Ich soll erst mal, im Grunde genommen hat es eigentlich sogar sehr viel mit dem Auto selbst zu tun, weil es schränkt unsere Arbeit in gewisser Weise ein und damit auch die Arbeit am Auto. Die größten Herausforderungen waren meiner Meinung nach die Fertigungsphase. Einfach aus dem Grund, normalerweise sind wir mit 30, 40 Leuten gleichzeitig an der Hochschule, teilweise auch mit 20 Leuten in der Werkstatt und arbeiten parallel am Auto, am Schraubstock oder an der Bohrmaschine. Das war jetzt natürlich alles so nicht möglich. Das heißt, wir mussten uns da absprechen, wir mussten Pläne machen, wann darf während das Auto. Dann ist die Werkstatt frei. Zusätzlich auch noch in unserem eigenen Fertigungszentrum. Und da waren wir auch ein bisschen eingeschränkt, was die Anzahl an Leuten angeht. Das hat am meisten Zeit und auch Planung gekostet. Und gab es da einige Überraschungen oder lief das doch wie erwartet ab? Ja, Überraschungen kann man schon sagen. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht zu Beginn der Saison, was wir Problem machen, wie gehen wir damit um. Und wir haben eigentlich gedacht, die Entwicklungsphase wird das Problem. Wir dachten eigentlich, das Entwickeln wird so nicht richtig funktionieren. Einfach, weil es normalerweise eben so ist, man hockt zusammen in einem Raum, jeder hat seinen PC und wenn es dann eine Frage gibt, geht man schnell rüber und klärt das. Oder auch beim Essen gehen zum Beispiel, man sitzt dann einfach da, dann ergibt sich eine Frage, man klärt die schnell und dann hat sie es gegessen. Ist natürlich jetzt in dem Fall schwieriger gewesen. Man musste extra ein Meeting, man musste sagen, na gut, okay, dann treffe ich mich jetzt mal. Ich bin beispielsweise auf dem Team Powertrain, treffe mich mit jemandem aus dem Pension-Sub-Team, hat aber gut funktioniert. Aber das hat bis eine Wohnung Zeit gebraucht und dann waren wir da fix unterwegs noch einmal. Okay, also vor allem du als Teamleiter würdest du sagen, das Team hat die Situation gut gemeistert? Ja, auf jeden Fall, da bin ich zufrieden mit allen Beteiligten. Das hat sehr gut funktioniert. Das hört sich doch ganz gut an. Jetzt im Hinblick auf die Wettkämpfe, die vielleicht auch in Präsenz stattfinden, was denkst du da werden Herausforderungen werden? Ich denke, das größte Problem oder die größte Herausforderung wird einfach sein, dass wir nur mit sehr wenig Leuten kommen dürfen. Zusätzlich sind noch manche der Static-Events online, das hängt natürlich dann von jedem Event ab. Die Regeln ist alle ein bisschen verschieden. Ja, das eben einmal das ganze Online-Durchführen hat einfach nicht den Charme von Präsenz. Da werden wahrscheinlich einfach nicht ganz Wiese an drüber kommen, die man gerne hätte. Das ist aber einfach der Situation geschuldet. Vor allem ist es aber so, dass man halt mit acht bis zehn Leuten ein Auto am Fahren halten muss, die ganze Box, wo man sich kümmern muss, dazu noch eben die ganze Unterkunft. Das heißt, wir müssen ja auch noch Essen und die ganzen drumherum. Ich denke, das wird nochmal ein bisschen stressiger, als das sowieso schon werden würde. Aber dennoch freue ich mich drauf. Besonders schade finde ich es natürlich, ob die Leute, die nicht mitkommen dürfen. Das ist halt diese Saison. Da muss man alle Abstriche machen, um die Person aufzuteilen, soweit es möglich ist. Und hoffen, ob nächstes Jahr und dass da wieder ganz normal die Events mit 30 Leuten. Ja, hoffentlich. Wenn wir jetzt gerade über die Wettkämpfe sprechen, was sind denn so die Ziele für Highspeed diese Saison? Wir haben uns hohe Ziele gesteckt. Wir haben natürlich bei der Entwicklungsphase schon begonnen. Direkt am Anfang haben wir gesagt, na gut, was müssen wir tun, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall in den Top Ten sein. Das heißt, sowohl in den Statics als auch in den Dynamics. Und dafür haben wir eben dahingehend das Auto entwickelt. Das heißt, wir haben eben Rundenzeitensimulationen verwendet, um verschiedene Fahrzeugkonzepte erst mal gegeneinander abzuwägen. Und wir sind dann eben bei der Entwicklung, bei der Ausarbeitung der einzelnen Baugruppen immer wieder zurück zu diesem Thema gekommen. Wir haben immer geschaut, wie kann man zusammenarbeiten und wie kann man gemeinsam dann eben schaffen, das beste Ziel, also das schnellste Auto zu erreichen. Und ich würde sagen, das haben wir sehr gut geschafft. Da sind wir alle sehr gespannt, würde ich sagen. Jetzt mal die erste Frage direkt zum Auto. Was hat sich denn im Vergleich zum FH113 getan? Im direkten Vergleich zum FH113 würde ich sagen, ist vor allem das Chassis, das sich arg verändert hat, also unser Monocoque. Das ist ein viel, viel schmaleres Package. Und damit haben sich eben alle anderen Baugruppen mit verändert. Das heißt eben, Motor muss reinpassen, Fahrwerk muss dranpassen, Aero muss dranpassen. Vor allem ist das Chassis auch sehr aerodynamisch im Vergleich zum FH113 im Unterbodenbereich. Da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir da einfach verschiedene Baugruppen mussten sich da ein bisschen anpassen, ein bisschen Kompromisse eingehen. Was ich zuvor gesagt habe, eben mit der Rundenzeitsimulation, wo man sagt, naja gut, man weckt jetzt ab, macht es jetzt mehr Sinn, da mit dem Fahrwerk ein bisschen Plus oder Minus zu machen im Sinne von Verbesserung oder Verschlechterung in dem Sinne. Dafür aber dann die Aero deutlich besser machen zu können. Die Punkte haben da deutlich, eben ein harmonisches Paket, würde ich sagen, einfach mehr aufeinander eingegangen. Alles klar. Wenn du jetzt so über die Veränderungen redest, auf welches Bauteil würdest du sagen, seid ihr denn besonders stolz? Das ist im Grunde auch das Chassis. Es steckt so viel mit in diesem Chassis drin und alle anderen Baugruppen haben auch mit dem Chassis zu tun gehabt. Also es ist natürlich, eine Person hat das Chassis designt und das Mono-Team hat sich darum gekümmert, dass die ganzen Tests bestanden werden, also gemacht und bestanden werden. Aber es ist tatsächlich so, dass das Fahrwerk sehr viel damit zu tun hatte, die Aerodynamik hatte sehr viel damit zu tun. Auch das Elektronik-Team hatte sehr viel mit dem Mono selbst zu tun. Und da wurden Entscheidungen getroffen, die auch mit dem Elektronik-Team zu tun hatten. Und genauso ist es natürlich bei Portrain. Da war es natürlich super viel, was damit zu tun hatte, weil einfach alles da drin in dem Chassis. Okay, jetzt ist gerade Rollout vom F1-115, aber kannst du uns vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben, was so in den nächsten Jahren oder zum F1-116 passieren könnte? Das kann ich auf jeden Fall mal versuchen. Ich meine, zum aktuellen Stand haben wir natürlich noch nicht so viele Testquemen gesammelt, dass man wirklich sagen kann, wo das Potenzial wirklich liegt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es gibt natürlich immer noch Gewicht zu holen. Also im ganz klaren Fall. Also die Chassisform wird gleich bleiben. Da haben wir einfach einen 2-3-Jahreszyklus für unseren Monocoque, einfach aufgrund von Kosten. Aber beispielsweise Teile der Lenkung oder auch andere Teile im Fahrwerk und auch beim Motor, da sind einfach Punkte, wo man weiß, na gut, wenn man noch mehr Zeit hätte, könnte man noch mal ein paar Gramm rausholen. Das würde sich natürlich auf jeden Fall auf das Gesamtgewicht im Fahrzeug ausschlagen, aber das sind Punkte, die schafft man vom F1-115 nicht mehr. Klar, 516 sehe ich da, aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Gewicht. Und ich denke, beim Testen werden da noch einige Punkte kommen, wo man sagt, das kann man vielleicht ergonomisch ein bisschen besser gestalten zum Arbeiten am Auto zum Beispiel. Ja, sehr schön. Wir freuen uns. So, um jetzt auf die Bauteile noch direkter einzugehen, würde ich sagen, gehen wir rüber in die Werkstatt. Und da gibt es dann einen kleinen Technical Insights. Bis gleich, bis gleich. So, wir sind nun in der Werkstatt angekommen. Felix haben wir auf dem Weg leider verloren, aber den hört ihr gleich wieder aus dem Studio. Von meiner Seite gibt es nun die Technical Insights. Das bedeutet, ich nehme euch mit auf eine kleine Reise durch die verschiedenen Baugruppen und wie wir insgesamt zum F1-115 gelangt sind. Wir fangen an beim Fahrwerk. Beim Fahrwerk hat alles mit der Reifenauswahl begonnen. Das heißt, im Jahr 2020 haben wir mit dem Altfahrzeug verschiedene Reifen gegeneinander gefahren und die Themen Rundenzeit, Fahrerfeedback, aber vor allem Aufwärmverhalten und Ausdauer der Reifen beachtet. Im nächsten Schritt kam die Kinematikentwicklung. Hier waren vor allem das Thema Aufbaukontrolle und ziemlich früh auch schon das Thema Fahrbarkeit relevant. Zusätzlich im Fahrwerk haben wir neue Bremssättel, Eigenentwicklung an der Vorder- und an der Hinterachse. Und wir haben ein neues Lenkungssystem mit zwei einzelnen Kreuzgelenken, ebenfalls in Eigenentwicklung. Wir fahren nun an der Vorder- und an der Hinterachse Pushshots. Die Wahl der Pushshots an der Vorderachse hängt mit der Aerodynamik zusammen, was direkt das nächste Thema ist. Das bedeutet, mit den Pushshots an der Vorderachse haben wir mehr Möglichkeit, Luft an den Unterboden zu bringen. Zusätzlich haben wir neuen Frontflügel und Wheelplates, die das Ganze verbessern sollen. Der neue große Unterboden und der Diffusor, direkt integriert ins Mono, liefern insgesamt 40% mehr Downforce als zum Vorjahr. Kommen wir nun auch weiter direkt zum Mono. Hier der integrierte Diffusor und das insgesamt sehr schmale Package als große Neuerung. Zusätzlich haben wir auch neue Fasern benutzt, die uns ermöglicht haben, das Fassi leichter zu machen. Und wir haben das Differenzial in das Mono integriert. Damit kommen wir direkt zur Motorbaugruppe, welche sich ebenfalls den Packaging-Gründen anpassen musste. Das bedeutet, der ganze Aufbau, die ganze Peripherie des Motors wurde deutlich angepasst, komplett neu entwickelt und in das neue Mono rein platziert. Und genauso ging es auch dem Team Elektronik. Auch hier waren verschiedene Templates, wo es kritisch war, den Kabelbaum oder Steuergeräte in den Weg zu legen und passend Platz zu finden. Ebenfalls haben wir eine neue Softwarestruktur im Bereich Elektronik. Die soll das Ganze ermöglichen, mit verschiedenen Steuergeräten schnell und effizient zu kommunizieren. Und wir haben neue Sensoren mit an Bord. Diese sind dafür da, im Bereich der Radbaugruppe verschiedene Temperaturen zu messen und das thermische Verhalten der Bauteile besser abzuwägen. Das wäre es für meine Seite gewesen. Vielen Dank und zurück ins Studio zu Felix. Vielen Dank, Yassin. Wir hoffen, wir konnten den technischen Interessierten einen kleinen Einblick in die Neuerung unseres F115 bieten. Mich gibt es jetzt jedoch wieder nur kurz zu sehen. Denn zum Abschluss des Abends haben Olli und Yassin gemeinsam ein Danksagungsvideo aufgenommen für die Sponsoren. Denn durch ihre Mittel machen sie unseren Traum eines eigenen Rennwagens möglich. Natürlich müssen wir uns noch bei einigen Menschen bedanken. Ganz am Anfang die Hochschule, die uns überhaupt das Projekt ermöglicht. Dort dem Dekanat, unserem Dekanat hier vom Maschinenbau und Mechatronik und natürlich allen anderen Dekanaten von den anderen Fakultäten. Bei den Profs, die uns unterstützen, teilweise bis ins Team hinein, sodass wir dort schon praktisch Teammitglieder haben. Wir müssen uns beim Rektorat bedanken, allen voran unser Rektor Artinger. Wir wollen uns bedanken bei der Frau Schweizer, unsere Kanzlerin, die jetzt leider in den Ruhestand geht. Natürlich beim Gebäudemanagement und den Hausmeistern, die uns immer schnell und unbürokratisch helfen. Und dem IMP, das uns unterstützt bei der Produktion und unserem eigenen Fertigungsteam und uns hilft, an den Maschinen, die dort stehen, die ganzen Teile zu fertigen. Und auch ich habe mich zu bedanken, und zwar vor allem am Team selbst. Wir sind über 40 Leute, die hier Tag und Nacht arbeiten, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen, um den Rennwagen auf die Räder zu stellen, um zu fahren, um das Auto am Fahren zu halten und um Rennen zu gewinnen. Und deshalb von meiner Seite herzlichen Dank an alle Teammitglieder dafür, dass ihr immer da seid, dass das immer funktioniert, dass jeder weiß, was zu tun ist und das auch immer tut und mit bestem Wissen hier am Arbeiten ist. Danke auch an die Sponsoren. Ohne die Sponsoren würde es natürlich auch nicht funktionieren. Sie unterstützen uns mit Geld, mit Material, mit Dienstleistungen und Hilfestellung. Und das nicht nur zu regulären Zeiten, sondern teilweise unheimlich spontan, auch über Nacht, was normalerweise überhaupt nicht möglich ist. Sie bilden die Brücke für uns Studierende oder für euch Studierende natürlich ins Berufsleben. Das ist der erste Schritt, der erste Kontakt, den wir dort knüpfen können mit Ihnen. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Auch von meiner Seite aus vielen Dank hierfür. Und zu guter Letzt muss man natürlich noch an unsere Freunde und Familien denken. Das sind die Leidtragenden des Projekts. Das sind die, die wir vernachlässigen, wenn wir hier am Arbeiten sind, wenn wir Tag und Nacht hier reinkommen, wenig schlafen, wenig verfügbar sind. Vielen, vielen Dank von meiner Seite aus, vom ganzen Team an alle Familienfreunde, die hier eben nicht die Leute sehen. Aber die Saison endet auch irgendwann und dann wird es auch wieder Zeit, dass man wieder Zeit miteinander verbringen kann. Nun sind wir am Ende dieses Rollouts angelangt. Obwohl das Ganze nicht in Präsenz stattfinden konnte, hoffe ich dennoch, dass es einigen von dir Spaß gemacht hat. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir einige von euch dieses Jahr auf der Rennstrecke wiederfinden. Noch einen schönen Abend und bis dahin. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.